Ok Hallo und willkommen zu einem neuen Video Und heute spielen wir mal wieder gegen Hydra LP Aber diesmal Messer Only Also die Knarre hat keine Munition Offensichtlich Warte Wo ist das Messer? Fick dich doch Ich werd grad ziemlich platt gemacht Ah gut ich hab jetzt auch EMP Schon wieder Das ist nämlich die zweite Runde die wir grad spielen Wir haben erstmal getestet Weil wir beide Fahrtfall gespielt haben Und ich spiele anders Komplett Was war das denn? Ja wo ist mein Messer? Ja ich hab mit meinem Wurfmesser eine Autoscheibe eingeworfen Oh ja geht ja auch Ja ich möchte auf jeden Fall meinen Störsender hier hinsetzen Ich wollt F drücken die ganze Zeit Ja Ja Ich hätte warten sollen bis das Fadenkreuz rot wird Nein Gut ich dachte schon denn das Messer wär jetzt gespawnt Ja Ach Fick dich Alter wie du doppelt so viele Kills hast wie ich Nein ach doch Ich find's nicht Ich bin zu blöd Aimboot ja immer Hä ich hab gesagt Ich hab doch nichts davon gesagt Wie? Ja Messer Wenn du neben mir rum rennst drück ich wohl V Halben Zentimeter Neben mir Und du hast nicht getroffen Du auch nicht Du auch nicht Aber diesmal schon Hier ist doch keiner Hier ist kein Wurfmesser Fick dich doch Spiel Ach scheiße ich hab gehofft du triffst mich nicht Ja doch Voll irgendwo rein Ich sehs grad nicht Ich auch nicht Ah Fack Ich brauch Munition Offensichtlich Ja Eigentlich wollte ich dir auf den Kopf springen Eigentlich Eigentlich Nein Ich hab ein Bein nicht getroffen Ja gut ich wollte grad eigentlich das Wurfmesser neben mir noch aufheben Was ist denn hier in deinem Leben? Oh nein Das möchte ich jetzt sehen Das könnte ich jetzt sehen Achso Irgendwo in die Luft und dann kommt Blutpartikel und ich sterbe. Nice! Danke. Ich hatte kein Messer mehr. Ja, aber wie ich dich gekillt hab im Flug! Ja, passiert. Oh! Fuck, hab ich leider die Kickern übersprungen. Ich glaub da so lässig. Ja. Fuck. So geht's auch. Mal B. Wenn Plan A nicht geht. Jetzt muss ich n... jetzt muss ich n Wurfmesser suchen. Das Problem hab ich immer. Ja. Ja, ich auch. Komm, komm, komm. Wo ist das? Weiß ich auch nicht. Ich hab eben auch schon gesehen. Ja. Ja. YOLO. Ah, ich hab's auch nicht lang. Schaff dich. Du. Gar nicht. Wo liegt hier ein Wurfmesser? Keine Ahnung. Die sind so scheiß unauffällig. Und dann rumliegen. Immer. Ja, jetzt hab ich hier rumrennen und V drücken. Äh, F drücken. Ja, so gibt's mir hinter. Ja. Das ordentlich messert nicht doch. Gehen wir nicht. Aber ich hab eben auch kein Wurfmesser. Schade dir. Die haben hier bis jetzt rausgesprungen. Das war so klar. Wie stehst du da? Ah, hier ist ein Wurfmesser. Nein. Deine Leiche. Deine Leiche hat er mit dem Arm in der Wand gehangen. Positiv. Wetter. Komm. Wetter. 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 experten bei der arbeit würde ich sagen habe ich übersprungen keine mini karte mehr das ist beschissen hast du auch nichts mehr ich finde es cool aber auch noch nicht er freut sich nicht wie viel kippen noch für kippen braun ist aber erst so wo bist du ich glaube für immer Das guck ich mir jetzt genauer an. Einfach in die Luft, Partikel und fertig schießen. Fuck, ich hatte ein Wurfmesser dabei, scheiße. Und so. Yes. Ich fick jetzt euch. Ach, es ist weg. Gerade, wo man sich etwas dran gewöhnt hatte. Ja, komisch, gell? Fuck, mir fehlen noch zwei Kills. Dann kann ich dich auch mal mit EMP empfachen. Fuck dich, ja. Nee, überhaupt nicht. Du bist nur kurz gemeldet worden. Fuck, das verliere ich. Oh, wirklich? Fuck, übersprungen. Sorry, ihr müsst auf den EAP-Shot. Was? Ja, äh, weil ich... Ich hab... Marc, ich bin... Ich hab aus Versehen, äh, Shift-Tab gedrückt. Ja, ja, die Ausreden... Nee, äh, sieht man in der Aufnahme. Kannst ja später schauen. Alter, das gewinnt so richtig. Ja, dann stell deinen scheiß Störsender nicht auf! Sieg. Heil. Ja, der war nutzbar. Das war unser 1v1-Mitmessern, das ich offensichtlich gewonnen habe. Ja, wie immer. Nichts Neues. Ja. Okay, dann... Bis zum nächsten Mal. Ja. Guck bei Hydral P vorbei. Ja, und meine Leute bei Isaacs Gaming Lounge. Ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann, ciao. Hallo und willkommen zu nem neuem... Heute spielen wir mal wieder... MB3, aber dieses Mal mit... unseren eigenen Klassen. So. Also ob ich snipe... Und der... wahrscheinlich irgendwelche dummen Waffen... Ich nutze das auch immer. Ach, fick dich. Ich hab gehofft, du kommst... Ey, ich hab gedacht, du kommst jetzt durch die Tür. Nein. Ah, ich bin immer auch auf Black Ops 3 eingestimmt. Ich hasse es. Nein, ich darf nicht verlieren. Ach, das... Das ist noch nie passiert. Ja. Ja, jetzt lauf doch durch das scheiß Fenster, du Charakter. Junge, warum funktioniert das nicht? Was? Dass du, äh, weiterlebst? Keine Ahnung. Steck ich da auch nicht. Fuck, war meine Maus Sensibilität da grad hoch. Ja... Ne, schau dir da später die Aufnahme an. Du wirst es sehen bei mir. Nein. Lieber nicht. Oh, ich lieg sogar zwei kills vorne. Einen kill. Scheiße. Scheiße. Geht schnell. Mhm. Leider. Ja. Ja. Er weiß leider schon, was ich geordert habe. Was liegt denn hier? Da kommt ne Postkarte mit. Wir haben ja ne Postkarte mitgeschickt. Was. Cool, was ist denn das? Was soll das denn sein? Was soll das denn sein? Predator Missile. Aha. Ja, klar. Ja, genau. Ich find's nicht so unfair. Ich find's nicht so unfair. Ja. Ich geh da mal meinen, äh, ich geh da mal looten. Hauptsache er kriegt nicht seinen fucking, äh, Abwurf-Eskorten-Scheiße. Da. Gefickt. Wie ich die zwei mal da gestunt hab, leicht. Sogar nicht. Wie hat mich die selbst gestunt? Wie? 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 Was?! Das war geil. Mittlerweile spiele ich viel mit Blendgranaten. Ja, fick dich. Wie ist das? Du bleibst blind. Nicht wo ich bin... Doch, weiß ich. Teilweise. Wie lange hält denn diese Scheiße noch? Ist das immer noch? Ja. Ich find das Ding cool. Boah, ich hab die beste Waffe gekriegt. Die OP-Waffe. Das ist besser als Juggernaut. Ja. Vom Kills machen jetzt nicht so, aber ist lustig. Nein, hör auf. Hey, yo, wo? Ah. Ich war da rausgegangen. Wieso hatte ich das Messer nicht gekillt? Es hätte ja eigentlich am Fuß stecken bleiben müssen. Ja. Wie du schluckst, wie ne kleine Nutte. Wie deine Mutter? Ja, jetzt mal, du Bitch. Wie? Wie? Alter. Was? Nein. Nein Huiiii Ok, komm her Nein, falsche Waffe Ah, du legst immer noch vorne, scheiße Was hast du eigentlich als, ah ja, du hast noch, äh, als Mutter, äh, du hast noch, wie so ein Bleibus 3 heißt, Mutterschiff dabei Warum treffe ich dich nicht? Hast du doch getroffen Was war das denn? Fuck Grad, wo ich nach oben schaue, kommst du unten durch die Tür Ja Du mit deinen Skorpien, ne Ich schieße natürlich erstmal auf die Wand Ja, immer Mit der eigenen Waffe Oh Die Grenade kommt ein bisschen spät Ja, ich weiß Oh, sie hat getroffen Hat sie das? Ja Ja, man hat's noch gehalten in der Killcam Ach da Nein Was? Das Feldautos explodiert Hast du auch jetzt den Kill gekriegt? Ja Ja Ich hab keine Ja, ich hab gesagt, du hast du mal mit angefangen hast Oh Du hast da doch ein Fenster gekämmt? Nein! Ich hasse dich Doch Einen Glück, dass ich einen Raketenrapper mit habe Auch wenn ich, wenn wir es eben schon mal im Game getestet haben Das Ding frisst einfach unendlich viel davon Ja Amazon Prime Ja, Amazon Prime Etwas übertrieben Und überpowered Ah, ich Sekunde mal Kann was? Es trifft dich überhaupt nicht Man kann solche Vorräte nicht zerstören Ja Warum trifft ich das Ding nicht? Weil es zu beschissen ist Ja Ja schaut euch diesen Scheiß an wie viel das Teil frisst Ja wir sind vor allem Drohnen fressen viel zu viel alter wenn du jetzt einfach so eine killbox erwischen würdest du hast ich glaub ich mach dich platt ja aber es liegt gerade auch eher an deinem zeug was du dabei hast das blendet mich so blende dass keine maschinengewerbe was ist das denn für ein scheiß egal na egal, das war lustig ja relativ ja wieviel munition hat das ding dann schaut mal bei mit 3p vorbei ja genauso wie bei isx gaming lounge bis zum nächsten mal tschau